Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was Coop alles unternimmt, um die Qualität der Produkte garantieren zu können. Wie zum Beispiel bei den frischen Gemüsen aus der Midi-Dose. Da wird schon gut vorgesorgt, bevor das Gemüse anfängt zu wachsen. Wie kann man aber schon vor dem Sähen die Qualität des Gemüses verbessern? Ganz einfach, indem man auf die Qualität des Bodens achtet. Die Anbaufachleute von Coop arbeiten eng mit den Landwirten zusammen. Schon vor dem Sähen werden die Bodenproben genommen. Diese werden dann im Labor der Forschungsanstalt auf den Mineralgehalt geprüft. Auch die Qualität des Saatguts wird durch einen speziellen Versuchsanbau sorgfältig ausgewählt. Dank dieser mehrfachen Anbaukontrolle von Coop wächst für das Midi-Gemüse nur gesunde Saat in gutem Boden. Und vor der Ernte wird neben dem Boden auch das reife Gemüse sorgfältig kontrolliert. Diese Gemüseproben gehen ins Coop-Labor zur Analyse, unter anderem vom Nähr- und Mineralstoffgehalt. So kommt garantiert nur frisches Gemüse von aller bester Qualität direkt vom Feld in die Produktion. Dort kommt das Gemüse erntefrisch in die Midi-Dose und wird schnell und schonend sterilisiert. Ohne Konservierungsmittel, sodass Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben. Apropos Vitamine. Haben Sie gewusst, dass zum Beispiel die Bohnen aus der Midi-Dose gleich viele Vitamine haben wie die aus dem Garten? Jetzt ist bei Coop gerade eine grosse Aktion, wo Sie sieben verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Und eben mit einer sicheren Qualitätsgarantie von Coop. So, das wäre es wieder gewesen für heute. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Neu gibt es jetzt bei Coop. Beldam Coiffure, die neue Haarpflegelinie für jeden Haartyp, 10% günstiger. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Zwei Dosen Katzenton, Chachachá, statt 1.50. nur 1.20. 1,5 kg Frohlig, statt 4.95. nur 4.25. 780 g Paal, statt 2.60. nur 2.20. 400 g Dorschtfilet, Goldstarr, tiefgekühlt, statt 3.70. nur 3.00. Zwei Schachteln Strichschmelzkäse Gerber Gala gibt es bei Coop. für nur 2.10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, 1.00 Dorina-Sunnenblumenöl, statt 4.65. nur 3.95. Als aktueller Preisschlager, Kinder Manchester Jeans Techstar für 10 bis 12 Franken, je nach Grösse. Auf Wiedersehen.